herzliche frage wo stellen wir den ein? am besten lassen wir den sachen hier runter bringen bauen wir da oben bald nochmal eine zweite transportstation ich da oben bin drei jahre später so hier tut ich bringe mich schon zurück runter so ich muss jetzt auch wenn man die was ich entfernen muss ist das hier wir müssen nachher mehrere zombies sind die sachen transportieren ganz safe das hier muss runter das hier muss runter das hier muss runter und der hier auch? aber den nehme ich selber mit mal kurz mal gucken was brauche ich noch für eine falken, nägel, papier sind transportiert ich habe gerade hier kein zombie mehr frech und da muss ich jetzt mal mit geduld arbeiten das hier muss ich jetzt mal verifizernir ich glaube es nicht gleich das hier muss ich schon drauf da kann man mit tun aber das ist das, was ich mir rufe also hatte ich mir ich habe mich ich habe mich und ich habe mich na komm mach mir einen stein oder mehr da will ich mal kurz gucken ob ich hier echt dann halt diese sachen hier in der hier und die lager hier in die mitte steinvorrat dann die steine nehmen wegnehmen das macht ganz schärfer bevor da wieder neue stein drauf kommt ja nimm doch auch von mir aus dem busch aber ist mir egal dann das holz also ich wollte mal gucken dass ich hier die beiden holzsachen und das ist hier holz hat platz oder ob ich da kisten hinstelle erstmal wenn ich zum beispiel die kisten nehme erstmal da hinstelle damit hat und wieso nicht rein ganze umbauen kostet echt lange echt viel zeit wieder ja 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 jetzt ja 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 Und lege ich dann hier rein. So, Holz lege ich dann hier rein. Das, 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 das auch, Holz. Den Grabstein? Äh, die Grabbomrand muss ich mal drüben hin. Erstmal. Das habe ich im Frido, ne? Ja. Dann. Kleiner. Das. Die beiden Kisten weg. Die perfekten Sachen hier. Sehr schön. Zack. Zack. Kann ich das jetzt noch Kisten legen? Wenn ja, wäre richtig gut. Das passt sogar gerade. Nice. Das ist natürlich scheiße. Das klappt nicht ganz, wie ich es wollte. Ähm, warte, machen wir anders. Was habe ich jetzt hier stehen? Holzhackplatz und Sägebock. Was macht der Sägebock? Was schalte im Balken? Was schalte im Balken? Dann kann doch der Sägeplatz hier weg, weil ich dann noch eh ne? Also der Segelplatz kann halt komplett weg, weil ich ne Kreiswege hab. Jetzt gehen wir nach der Leiche gucken. Ich wünsche das hier gut sein. Äh ja, kurz vor, also ich muss ihn ummontieren, weil ich den Glauben müsste ich haben und das extrakt auch. Lass mal Glauben. Sehr gut. Wir nehmen ihn nur so draus. Und äh, das Fett. Lass mal hier drüben rein, das und das. Ich lege den dann hier drauf. Ich lege ihn wieder. Und jetzt mal kurz paar Balken, Nägel und Papier, ne Papier hab ich ja. Aber Balken und Nägel holen. Blanken hab ich nur, warte. Balken. Nägel. Nur ein bisschen wenig. Äh, wenn ich hier anbaue, Nägel. Und Leiche nehmen und go. Dann bringe ich nämlich zwei Leute Sachen her. Wir sind voll. und dann nur Eisen Tose und China geteilt der andere bringt das ja alles sehr wenig dann gehe ich mal eben hier brennen der nächste wird ein Steinsammler dann sammeln da oben alles ist noch nicht ein guter Effizienz aber Effizienz wird dann okay sein er war auf der Knochen da drin jetzt hier heute ist guck mal, mir guckt keiner alle kein bock wo wir hier holz wir wollen noch vier holzbalken für und dann kann hier abgerissen werden entfernen also und natürlich auch noch entfernen die und die so platzen bauen dann wird der oh gleiche die müsste jetzt wenn dann vergraben werden jetzt habe ich keinen glauben mehr jetzt erstmal wieder warten drücken ah die wird vergraben die wird vergraben ach komm schon der rauf wird kaputt und veralbers mich doch mensch das das ist das das ist Okay. sehr gut das liegt noch restaurant auch nicht mehr sehr schön läuft langsam läuft langsam so, Pisten mal gucken, ob die Retailer aber noch Balken ich bin hier die scheibe jetzt noch jemand rein das ist wieder so eng noch ne also kann der eine die kann weg was zwei braucht was zwei habe ich noch gar nicht mehr wenn ich kann das hier nicht werden so haben wir jetzt hier mal hier ist was oder ich brauche hier die weg mit kreuzern wäre auch möglich das könnte ganz cool sein wenn hier ein paar sachen weg gemacht hier sind dann halt hier ist dann das holz drin steine drin vom krügel zack das grundzeug bleiben oder die fika bleibt mir nachdem hier die steine da habe ich noch alles ach mensch ich habe schon mal zu gehen jetzt hier aber wir brauchen die steine steintisch irgendwo anders ich weiß noch nicht wie irgendwo nägelbalken planken nägel spalten hmmm da läuft nicht da läuft das so da läuft es erstmal so stehen aber ich brauche erstmal Steine und Amo aber jetzt hier jetzt wieder schlafen ich glaube ich auch gleich irgendwann wirklich auch jetzt noch mal ein ganzes Kram hier weg merken wir uns mal fürs nächste Mal Sarvene ausrüsten Mensch das wäre ich langsichtig müde so Leute eingesammelt ich würde sagen es reicht heute lassen wir jetzt pennen Leute ich bedanke mich fürs Zuschauen so was hat euch gefallen ich wünsche euch allen eine gute Nacht habe ich Untertitelung des ZDF, 2020